Das Unternehmen Decathlon erobert mittlerweile auch Deutschland, nicht nur im Süden, sondern jetzt auch im Norden im Sturm. Aber wie ist es überhaupt als Angestellter von Decathlon, wie ist es für Decathlon zu arbeiten? Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade Outdoor unterwegs und ich habe einige Zeit für Decathlon gearbeitet, vor kurzem noch, mittlerweile aber nicht mehr. Ich möchte einmal ganz kurz heute mit euch darüber reden, wie es denn überhaupt bei Decathlon zu arbeiten ist als Angestellter. Das wird aber keine Produktreview oder sonst irgendwas. Es gibt Produkte bei Decathlon, die finde ich gut, es gibt Produkte, die finde ich schlecht und es gibt Produkte, die finde ich mittelmäßig. Auch möchte ich natürlich keinen Kollegen irgendwie, mit dem ich da gearbeitet habe, diskreditieren. Die waren eigentlich alle nett, da kann ich nichts Negatives sagen. Ich möchte nur allgemein einmal über Decathlon an sich als Firma reden und wie es dort ist zu arbeiten. Vielleicht auch deine Chancen, aber auch deine Pflichten. Ich werde mich dabei natürlich im rechtlichen Rahmen bewegen. Das heißt, man darf natürlich auch nicht alles sagen. Es ist natürlich auch immer die Frage, ob man überhaupt alles sagen möchte. Aber ich werde trotzdem versuchen, möglichst spezifisch zu sein für diejenigen, die das interessiert. Ich selbst habe für Decathlon gearbeitet. Das war damals in einem Hamburger Decathlon-Store, der relativ neu aufgemacht hat. Und bin da als Sportleader angestellt worden und zwar im Sportleader-Bereich, Trekking, Outdoor, Bergsport, nennt man das da auch gerne. Obwohl man natürlich auch Wandern außerhalb von einem Berg machen kann. Aber so regelt das Decathlon an sich. Wir werden gleich einmal anhand der öffentlich zugänglichen Stellenbeschreibung gucken, wie es denn da so ist. Wir werden das Ganze auch auf Wahrheitsgehalt prüfen, wo so ein bisschen vielleicht auch unsaubere Formulierungen benutzt werden. Wo stimmt das überein? Und dann kommen wir am Ende zu einem kleinen Fazit, wo wir dann einfach darüber sprechen, ob sich das denn lohnt. So, einmal schnell das Handy rausgeholt und die Stellenanzeige vorgelegt. Die öffentlich zugängliche Stellenbeschreibung, die ich jetzt hier gerade rausgesucht habe, ist zum Beispiel für Leipzig. Dort steht Verkäufer in Voll- und Teilzeit. Decathlon selber nennt das nicht Verkäufer, sondern Sportleader und Sportleader mit Personalverantwortung etc. Und Player. Player ist, glaube ich, die unterste Verkaufsstufe sozusagen. Also benutzt da ein bisschen nette, kleine Umschreibung. Im Endeffekt ist es ein Verkäuferjob. Als Verkäufer hast du Lust, deine Kunden zu begeistern in der Filiale und vor Ort. Das ist natürlich an sich richtig, weil man hat als Sportler, wenn man da sozusagen hinkommt, natürlich mit anderen Sportlern zu tun oder mit Sportinteressierten. Das heißt, deine Kunden oder im Verkaufsgespräch zu begeistern, ist natürlich ein ganz einfacher Vorgang. Deine Sportler durch deine kompetente Beratung täglich zufriedenzustellen, ist der nächste Punkt, der gefordert wird. Das ist zum einen richtig, steht hier an zweiter Stelle, also man möchte meinen, das hat eine relativ hohe Priorität. Aber im Job bei Decathlon ist das Beraten und der direkte Kundenkontakt relativ wenig. Das glaubt man immer gar nicht so, aber der meiste Job bei Decathlon besteht als Verkäufer darin, die Regale vollzuräumen. Das ist übrigens auch bei vielen anderen Filialen, also nicht nur Decathlon, sondern auch bei H&M etc. so. Also diese ganzen Unternehmen, die sind ja alle ungefähr gleich aufgebaut mit denselben Strukturen und dieses Beraten steht nicht mehr im Vordergrund. Man nennt das ja auch gerne Servicewüste Deutschland. Ich möchte auch nicht zu negativ drüber reden, aber das hast du ja auch oft beim Mediamarkt etc. Und das liegt auch daran, dann steht vorne drin in der Stellenbeschreibung, an oberster Priorität, hier war jetzt der zweite Satz, man soll viel beraten. Das nimmt aber später nur knapp 15% deiner Tätigkeit ein. Je nachdem, welche Tage du natürlich arbeitest, weil an einem Samstag bist du beratungsintensiver als an einem Montag. Bei der Warenannahme und Bearbeitung mit anzupacken. Ja, das ist tatsächlich so. Du bist nicht nur Einräumer von den Waren, du bist auch tatsächlich Lagerist im Prinzip. Das ist etwas, was auch nicht so richtig durchscheint. Und hier steht noch bei der Warenannahme, was das ist, weiß man nicht. Also tatsächlich, du schnappst den Hubwagen und du machst auch 2-3 Stunden LKW-Ausladen mit. Das hängt natürlich auch hier vom Store ab, wie viel Zeit man gerade hat und wie viel Zeit der LKW-Fahrer sozusagen hat, also der Anlieferer. Aber das gehört tatsächlich zu, ich würde sagen, 15% auch zu deiner Tätigkeit, ein Lagerist einfach nur zu sein. Mit Lagerist meine ich jetzt nur diese Tätigkeit des Ausladens des LKWs unten sozusagen oder wo auch immer man das hat. Eine optimale Produktverfügbarkeit und Vielfalt in deinem Sport zu gewährleisten. Das ist richtig. Es gibt allerdings automatisierte Algorithmen. Heutzutage arbeitet jeder mit Algorithmen. Das heißt, Dinge werden automatisiert nachbestellt. Du hast aber eine gewisse Möglichkeit, Produkte selber nachzubestellen, wenn du merkst, sie werden hier in dem Store bei dir mehr verbraucht sozusagen. Man soll da ein bisschen Rücksprache halten mit seinem Chef. Aber im Prinzip kannst du das machen und die Vielfalt der Produkte in deinem Sportbereich, die hängt natürlich von deinem Platz ab. Du bekommst einen Platz eingewiesen, vorgegeben und je nachdem, wie voll du den kriegst, du sollst den natürlich möglichst voll kriegen, kriegst du auch eine größere Vielfalt hin. Aber du kannst niemals alles haben, außer du bist ein Megastore. Das ist, ja, ne? Also ja, du sollst die Vielfalt gewährleisten im Rahmen deiner Möglichkeiten vor Ort. Und deine Kennzahlen zu analysieren und Vorschläge zur Umsatzsteigerung zu entwickeln. Absolut richtig, das soll man machen. Man hat sein Tablet, damit wird ja gearbeitet bei Decathlon. Das wird der eine oder andere, der da schon mal Kunde war, natürlich mitbekommen haben. Und dort drauf findet man, wenn man sich ein bisschen in das System reingefuchst hat, ich will da jetzt nicht zu ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, was ich da genau erzählen darf und was nicht, hast du da deine Daten. Und die kannst du natürlich analysieren mit der Zeit und dann deinem Chef erzählen, so hier, wir könnten vielleicht von dem mehr anbieten, etc., um so den Umsatz zu steigern. Und du sollst das Ganze natürlich analysieren, an welchen Tagen wird eher was gekauft und vor allen Dingen saisonal wird da sehr viel gemacht, obwohl saisonal auch sehr viel schon durch die Marketingabteilung natürlich vorgegeben ist. Denn logischerweise werden Mai, Juni eher die Zelte angeboten zum Beispiel und im Dezember eher die Winterbekleidung. Wir bieten dir Verantwortung und Entscheidungsfreiheit ab dem ersten Tag. Hört sich doch fantastisch an, oder? Verantwortung und Entscheidungsfreiheit ab dem ersten Tag. Das steht mittlerweile in fast allen Stellenbeschreibungen, die man nur irgendwie lesen kann, mit drin. Und ich muss sagen, ich finde ganz persönlich, das stimmt eigentlich nie wirklich. Weil Verantwortung würde bedeuten, dass du nicht jedes kleine Fitzelchen mit deinem Chef absprechen musst. Das heißt, du hast sozusagen Rechte, gewisse, für die du dann die Verantwortung trägst, die du selbst entscheiden kannst. Ich glaube, das ist sehr abhängig von dem Store und von deinem Chef auch. Ich hatte das weniger. Also wirkliche Verantwortung hatte ich eigentlich nicht, obwohl ich als Sportleader eingeteilt worden war. Und das fand ich auch sehr schade. Aber wie gesagt, das ist so eine Floskel. Trage Verantwortung. Aber im Prinzip steckst du in einem System fest mit Algorithmen, das auch von Chef und von der Konzernleitung genau vorgegeben ist. Und genauso ist es auch mit der Entscheidungsfreiheit ab dem ersten Tag. Du darfst Entscheidungen treffen, aber nur, wenn sie dem Chef gefallen. Weil dann korrigiert er sie einfach oder macht sie einfach weg, wenn sie ihm nicht gefallen. Manchmal hat man ja Entscheidungen, bei denen man nicht ganz genau weiß, ob das gut oder schlecht ist. Man kann nicht alles immer perfekt analysieren, ob die Entscheidung jetzt richtig war oder nicht. Und wenn du dann einen Chef hast, der dir nicht vertraut oder der an sich ein sehr straffes Regiment führt, dann hast du natürlich das Problem, das hast du überhaupt nicht. Also im Prinzip triffst du dann nur die Entscheidung, die er sowieso treffen würde. Wir bieten dir eine Vielzahl an Schulungen und Weiterbildungen. In der Theorie absolut richtig. Ich kenne auch viele, mit denen ich kennengelernt habe über E-Mail-Kontakt etc. Die haben sehr viele Schulungen und Weiterbildungen mit der Zeit gemacht und sind so wirklich zu fantastischen Verkäufern geworden. Und hatten viele Möglichkeiten. Das hängt aber von ein paar Sachen ab. Zum einen wieder vom Chef. Zum anderen aber auch, wie umsatzstark dein Store ist. Denn diese ganzen Schulungen und Weiterbildungen kosten den einzelnen Store sozusagen was. Das heißt, das ist nicht umsonst. Wenn der Store wenig Umsatz macht, obwohl du vielleicht auch gar nichts dafür kannst, denn oftmals hängt Umsatz auch einfach vom Marketing, auf das du keinen Einfluss hast und auf die Lage von ab, dann kann es sein, dass dein Store einfach überhaupt kein Geld über hat, um dir diese Schulungen zu bezahlen. Und dann machst du auch nie Schulungen, weil das Geld ist ja gar nicht da. Gleichzeitig kannst du auch einfach einen Chef haben, der sagt, nee, ich möchte dich nicht entwickeln. Ich möchte das einfach nicht. Oder ich möchte noch mehr Geld sparen, damit mein Geschäftsergebnis besser dasteht. Und das dann einfach komplett blockiert. So, dass ich zum Beispiel keine einzige Schulung machen konnte mit der Zeit. Aber von anderen gehört habe, in anderen Stores ist es da sehr gut funktionierter. Das ist natürlich sehr abhängig vom Store im Endeffekt wieder. Wir bieten dir Mitarbeiter-Benefiz, zum Beispiel Rabatte, Unternehmensfonds. Ja, das wird geboten. Ich möchte da nicht genau drüber reden, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man da eine gewisse Schweigepflicht hat. Aber es gibt bestimmte Rabatte auf Produkte selber von Decathlon, wenn man die als Mitarbeiter kauft. Und es gibt auch einen Fonds, wo man sich mit Anteilen, Kapitalanteilen an Decathlon speziell beteiligen kann, nur wenn man Mitarbeiter ist. Das gibt es. Einzigartige Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden und internationalen Unternehmen wird dir ebenfalls geboten. Ja, das stimmt. Also im Endeffekt ist Decathlon ein junges Unternehmen, zumindest in Deutschland. Und da kann man sehr viel sich entwickeln, meiner Meinung nach. Wenn du da, wie gesagt, den richtigen Store und den richtigen Chef hast, dann kannst du da wunderbar Karriere machen, glaube ich. Also ich habe einige Karrieren gehört, gesehen, die wunderbar funktioniert haben. Viele aber halt auch nicht. Das hängt nicht nur von dir selber ab. Es wird ja immer so getan. Leistung, Leistung wird sich schon lohnen. Das hängt immer von vielen Faktoren ab, auch in diesem Fall. Aber insgesamt ist Decathlon ein wachsendes Unternehmen, wo du schon sehr gut einsteigen und dich weiterentwickeln kannst. Und das waren auch schon deine Rechte, deine Pflichten bzw. was von dir gefordert wird etc. Ja, das sind ein paar Kleinigkeiten. Viel davon ist so typisches Werbemarketing. Also du könntest diese Stellenbeschreibung eigentlich fast 1 zu 1 nehmen und sie auch auf H&M übergeben. Also bis auf, dass du ein bisschen weniger Betonung auf Sport hättest, würde sowas genauso in der H&M-Stellenbeschreibung als Verkäufer stehen. Natürlich auch in der Intersport-Verkäufer-Beschreibung etc. Also es ist im Prinzip ein Verkäuferjob, der in einem Franchise-Unternehmen, weil so ist es aufgebaut, wenngleich es nicht Franchise ist, weil das wäre ja, wenn Außenstehende die Rechte sozusagen kaufen, eine Filiale aufzumachen. Das ist bei Decathlon ein bisschen anders geregelt. Also sie gehören auch zum Decathlon-Firma, zum Unternehmen sozusagen dazu. Aber alles andere ist im Prinzip total als Franchise organisiert. Genauso wie McDonald's, genauso wie H&M. Es funktioniert alles gleich heutzutage über diese uramerikanischen Unternehmensstrukturen, die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind, aber auch selten hohe Löhne zahlen. Genaue Lohnangaben will ich nicht machen. Wieder so eine rechtliche Sache, aber Tarif von Verkäufern ist immer irgendwo zwischen 1800 und 2400. Brutto. Wir reden über Brutto. Und glaub mal nicht, dass wenn du gerade einsteigst bei Decathlon, dass du dann mit dem Oberen anfängst. Du fängst beim Unteren an. Das ist alles verkäufertariflich, alles ziemlich gleich. Es ist meiner Meinung nach wenig. Die Löhne in Deutschland sind meiner Meinung nach sowieso zu gering. Aber das ist eine politische Diskussion, die soll hier jetzt gerade nicht hingehören. Nachdem wir die Stellenanzeige durchgegangen sind, lass uns doch einfach mal zum Fazit kommen. Tja, und wie fällt denn jetzt mein Fazit zu der Arbeit bei Decathlon als Angestellter überhaupt aus? Es fällt sehr gemischt aus, muss ich sagen. Es gibt einige Punkte, die haben mir gefallen. Einige Punkte, die gefallen mir überhaupt nicht. Vieles davon ist wahrscheinlich auch schon durchgeklungen, während wir unten die Stellenbeschreibung durchgegangen sind. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Angestellenschaft relativ jung ist und auch ein bisschen dynamischer herkommt. Dass auch viele Spaß daran haben, was sie tun, weil darum geht es ja gerade. Dass du dich zum Beispiel, wenn du begeisterter Fußballer bist, in der Teamsport, also Fußballabteilung, anstellen lässt zum Beispiel. Natürlich ist sowas wie ein Rabatt für einen Outdoor-Begeisterten auf die Produkte für mich natürlich auch eine super Sache. Gleichzeitig sehe ich sehr gemischt den Punkt an, dass es glaube ich sehr auf die Filiale und auf deinen Chef drauf ankommt, ob das, was in der Stellenbeschreibung behauptet wird, auf deine Karriere auch zutreffen wird. Also gerade das mit der Entscheidungsfreiheit und mit dem eigenverantwortlichen Arbeiten und sich weiterentwickeln. Das sind natürlich schöne Buzzwords, nennt man das, also Schlagwörter, Catchwörter, Fangwörter für die Angestellten, damit man sich möglichst viel bewirbt. Es sind aber auch manchmal übertriebene Wörter, leere Wörter, wie Marketing halt so ist. Und das trifft da auch ganz gern mal zu. Ich habe auch von negativeren Fällen als mir teilweise gehört. Ihr müsst es halt verstehen. Im Endeffekt sind das ja auch hunderte Filialen in ganz Europa. Kann ja nicht in jeder alles zutreffen. Ganz logisch. Und ich hatte nicht unbedingt viel Glück, fand ich. Weder mit der Filiale noch mit dem Management. Und dann ist das einfach so. Dann passiert das. Da kann man nur weitermachen im Endeffekt und sich die nächste Aufgabe in seinem Leben suchen. Es ist dann natürlich schade, wenn man die ganzen Punkte machen wollte, also sich weiterentwickeln wollte. Man wollte richtig was leisten. Und man wird auch gerne ausgebremst oder sowas. Sowas kann passieren. Lasst euch nicht davor zurückschrecken. Ich möchte aber auch sagen, dass das nicht nur bei Decathlon so passieren kann, sondern das kann bei allen Unternehmen passieren. Wobei ich sagen muss, wenn ihr euch wirklich weiterentwickeln wollt und ja, wirklich Verantwortung und eigene Entscheidungsfreiheit auch entwickeln wollt und euch auch als Arbeitskraft gut entwickeln wollt, dann geht meistens lieber zu einem mittelständischen Arbeitgeber. Und weniger zu einem Franchise-Unternehmen und weniger zu einem Franchise-Unternehmen, wie es halt Decathlon ist. Es ist nicht ganz genau ein Franchise-Unternehmen, ich betone das hier nochmal. Es funktioniert aber in derselben Art und Weise, meiner Meinung nach, wie zum Beispiel auch in H&M oder in McDonald's etc. Das muss euch immer bewusst sein. Dort sind die Kennzahlen, da guckt man mehr auf die Zahlen als auf das Persönliche, als zum Beispiel in einem kleineren Unternehmen, wo man vielleicht einfach bessere Kollegen als Management haben kann, dass sich mehr um das Personal kümmert, als es jetzt vielleicht in solchen großen Unternehmen ist, wo Hauptsache Profit, 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 Profit. Und dabei halt auch an manchen Stellen gerne mal gestrichen wird. Das muss euch ganz klar sein. Aber wie gesagt, Decathlon möchte ich da nicht negativer bewerten als andere Unternehmen in dieser Art und Weise. Möchte euch aber trotzdem empfehlen, im Endeffekt eher euch mittelständisches Unternehmen zu suchen, falls ihr Karriere machen wollt. Tja, und das war eigentlich auch schon alles, was es dazu zu sagen gab. Bestimmt sind jetzt viele Fragen und auch viele Diskussionsanregungen dabei, die gerne mal in die Kommentare geschrieben werden. Ich bitte euch natürlich, möglichst positiv zu bleiben. Ich werde auf alles antworten, was ich kann und worauf ich auch antworten möchte, je nachdem, was sich natürlich ergibt. Ich hoffe dann auch an dieser Stelle, dass ihr meine Ehrlichkeit zu schätzen wisst. Ich möchte niemandem irgendetwas Böses und ganz bestimmt nicht meinen alten Kollegen. Also ich habe da viele nette Menschen kennengelernt. Das ist einfach so und auch viel an sich gelernt im Austausch mit Kunden etc. Ich möchte die Zeit nicht missen. Aber wie gesagt, alles immer positiv sehen, weitermachen und dann wird das schon. Falls dich noch weitere Videos von mir interessieren, findest du hier links und rechts oben. Auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren oder genau daneben meinen Ausrüstungskanal. Ja, tatsächlich, ich habe einen Kanal, der nur für Autorausrüstung ist. Da gibt es meine ganze geballte Expertise. So viel, wie ich halt eben aufbringen kann mit meinen Jahren Autoerfahrung. Und in der Videobeschreibung findest du zum Beispiel meine Ausrüstung als kleine Liste. Aber natürlich auch Social Media, wie du mich kontaktieren kannst etc. Wenn du mal eine andere Frage hast, schreib sie in die Kommentare, dann kann ich sie beantworten. Ich würde dann mal sagen, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.